ich bin ja so gut wie voll komme ich denn dahin okay wahrscheinlich unter wasser hier war ich auch schon ja es war der ort wo ich da nicht weiterkam anscheinend war wäre auch so eine wand oder was hier unter mir hier unter mir soll er sein warte wir sollen eingangs sein da muss aber noch was großes passieren wieso bin ich denn hier nicht lang gegangen ja hier max leben erhöht leute ich weiß nicht oh ich bin ja clever ich bin ja Okay, das war, das war kritisch. Aha. Funny, hier kann ich wirklich nicht weiter. Ich könnte allerdings mal gucken, wa? Es bleibt sogar einfach dunkel. Wie fies ist das denn? Und hier ist Wasser, oder was? Hier, der gar keinen Sinn. Ja, man merkt, dass ich einfach genial bin hier, ne? Bei diesen Scheißdingern. Ich fall ja immer ins Wasser und sterbe, oder so. Oh, das ist auch Wasser. Wieso ist da denn Wasser? Da bin ich jetzt aber verwirrt. Da ist einfach Wasser. Hä, okay, oben kann ich nicht lang, unten? Da muss ich ja unten lang. Ich muss jetzt noch meinen ganzen Weg zurück. Hui. Das ist also die schnelle Teleportation. Das ist mal gut zu wissen. Und ich muss nach... ...rechts unten. Was war das denn jetzt? Wieso wurde da doch immer alles hell? Ist aber... ...richtig. Danke. Ich hab ein Fragment gefunden. Das hat sich einfach nicht bewegt, Lul. Äh... Was war da links? Ein Schiffhölten-Scheiß. Was soll das denn? Boom, Leben. So. Hier unten, da war irgendwas, was ich gefunden hatte. Ach. Wieso geht das hier nicht kaputt? Ich muss ja irgendwas... ...machen. Lulat, lulat. Okay, hier war ich schon. Vergessen mal, dass ich keinen Kleber, ich habe. So, hier muss ich nach unten. Hier ist noch heiles Wasser. Und hier ist die Weggabelung. Okay, jetzt... Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch noch einmal nach oben. Alter. Hier kann ich nicht hier. Ist aber so ein cooler Kristall. Den hätte ich schon ziemlich gerne. Ah, okay. Hier ist das... Kann ich den benutzen, den Tor? Oh. Ist kaputt gegangen. Ist ja doof. Aber... Ich könnte vielleicht die Spinner dazu benutzen. Komm. Hey. Hey. Na! Hey. Ich kann doch... ... Kann ich den nicht Den kann ich nicht Parieren Einfach zwei? Wieso denn zwei? Das ist unfair Okay, da oben war einfach nur Was ist das denn? Kann ich da jetzt hin, weil ich gestorben bin? Nee Das ist einfach nur so ein weisser Scheiß-Fleck Da wurde ich nochmal hart getroffen Ich würde mal leben Und gehe jetzt hier runter Deswegen konnte ich da nicht weiter Boah ist hier dreifach sprungen und Also Ich glaube mit einmal geht das auch Aber so ist natürlich ja minimal Was ist das denn für einer? Da ist einer So ein Abenteurer Boah Ist das Tog wieder? Boah 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 Boah